Gibt's Kisten? Oh, Kisten. Kisten sind immer gut. Man ist auf der Karte. Achso. Ja, vielleicht unter uns. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich werden die hier angezeigt. Da komm ich nicht durch. Ich sehe aber auch keine Kisten. Auch nicht. Komisch. Wie geht's denn ja weiter? Hier. Aber vielleicht finden wir die nachher noch beim rausgehen oder so. Jo. Hm. War auch nichts. Nö, hier ist gar nichts. Ich gehöre zurück. Ich höre irgendwas. Laut Pfeile sollen wir da hin. Ja, hier hat auch irgendwer gelabert eben. Ah, hier. Ah! Oh, der ist ein Boss. Der Schülermuschi hier war mir alles. Oha! 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 Ja, das ist ein Z-Klopf, probier aber mal. Macht er gar nichts? Mir auch nicht. Ich hab neue Klingen gefunden. Neue Klingen? Ich hab den Boss hier drüben im Nebenraum Platz gemacht und er hat neue Dump Klingen gefunden. Ich hab den noch nicht aufgehoben, die liegen auch da. Hier im Nebenraum. Vielleicht liegt ja für dich jetzt auch was da. Jo, auch. Schwert auf jeden Fall. Ja, das sind die Doppelschwerter hier. Die muss ich gerne mal ausrüsten, weil mit denen hau ich gerne. Krimklingen, die sind gelb bei mir. Ja, bei mir auch. Da vorher hatte ich die Zeiba-Zu-Klingen. Soll ich natürlich erstmal gucken jetzt. Oh, die machen mehr Schaden, viel mehr Schaden. Oh ja, 100. 105 Gps. Die 105, bei mir nur 97,6. Jo, 100,5. Boah, hast du besser gekriegt. Okay, muss ich die machen. Muss ich auch gleich sockeln. So. 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 Genau, Sockeln ist wichtig. So, jetzt machen sie auch 110 DPS, muss ich es dann noch irgendwo rein machen, das kommt weg. Genau. So viel werden wir noch nicht machen, weil ich habe keine vernünftigen Sockeldinger. Das sehe ich hier. Oh, da hat mal Chi nach Sieg über Gegnern gesagt. Oh, das mache ich mal rein. Schwing! So. Oh, nice. I like. Ich habe die Kisten gefunden. Ich bin mal da unten drunter. Hier muss noch irgendwo eine Kiste sein, ne? Stimmt. Im anderen Raum. Drüben gucken. Ne, jetzt sind wir wieder hinten. Ne, da ist keine. Komisch. Da sind wir eben hergekommen. Na ja, gehen wir erstmal. Das ist eigentlich hier hoch. Ich glaube ein bisschen hoch, oder? Aber vielleicht ist dann... Ne, oben ist man nicht lang, aber vielleicht ist die Kiste hier oben. Ist das kaputt? Hier oben ist gar nichts. Interessant. Hey. Irgendwie erwischt. Gehen wir mal da hinten lang. Geht's hier hier lang? Ist ja blöd. Gut. Wieder runter. Achso. Achso. Ah, hier unten. Hä? Ne. Ich raff's grad nicht so wirklich. Muss doch irgendwie weiter runter, ne? Ach, warte mal. Hier? Na ja, hier waren wir noch nicht. Ne, hier waren wir noch. Hier ist aber irgendwo eine Kiste, oder? Nicht blöd. Ach ne, da ist noch eins weiter unten. Oh, hier muss noch eine Kiste sein. Ne, auch nicht. Hier war noch vorne. Meine Fresse. Ist das verwinkelt hier? Na ja. Hier ist eine Kiste. Ach, hier ist gut. Oder? Ne. Hier ist eine Kiste. Hier ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Wo geht's denn hin zu weit? Ach da. Mann, ist das verwinkelt hier? Scheiß. Vollverlauf. Scheiß Wäscherei hier. Du nix mehr. Die drüben muss noch, ne? Ah. Und die Idee ist, wie durch dieses Ding? Das ist ein Z-Secure 9700-Lock, für die Zillen. Und das bedeutet? Das ist die größte Zillen-Lock, die Zillen macht. Unbreakable von fast niemandem. Ich hoffe, mein Freund Trinai könnte das tun. Trinai? Das ist Herr Trotoluein für dich. Oh, Trinitrotoluein. Oh, Trinitrotoluein. Cute. Ich sage etwas Sprechstoff. Hey, ich habe eine Chemistische-Karte. Und nichts? Nicht sogar ein Schreck? Okay. Ich mache nicht Schreck. Wenn sie auf Dynamite hält, wird es in der Armour. Was ist das? Was ist das? Nichts. Auch Dynamite. Dynamite im Waffenlager. Okay. Äh. Ja. Es geht da schon wieder los, ey. Die Bude ist so verwinkelt hier. Oh, Mann. Ach, hier. So. Darum. Darum. Gut, dass die gestrichelte Linie da ist. Ich würde hier nicht mehr ausfinden. Oh, oh. Ich glaube, draußen geht eine Party gleich. Schwerter. Boa. Geil, Schwert осв. Hier gibt die, die rocke. Ja, die gut. Ja. Ja. Ja, die gut. Ja. Ja. Das geht. Ha. Ja. Ja. Spaß mit den Dingern. Ein Kaninchen! Da ist ein Weißes. Wo ist ein Weißes? Platsch. Das sind nicht immer alle Kaninchen. Komm mal was an. Echt? Das hier auch? Ja, aber so eine Statue getroppt. Bei mir liegt da nix. Hier oben muss noch eine Kiste sein. Oder? Ne. Doch, hier. Hier hinten auch noch irgendwo. Aber das geht nicht auf. Ach ne, hier unten. Doch, da lag doch ne Statue eben. Oh, komisch. So, wo muss man denn eigentlich hin? Wo ist meine gestriegelte Linie? Da dann. Ah, da vorne. Ah, da stehen auch wieder ein paar Typen, die wir machen. Ah! Say goodnight! Oh! So gefällt mir, du bist ein Glück, du verdammt. So geil hier. Das Feedback mit dem ich klingen kann. Oh, ich glaube wir müssen bestimmt... Ah ja. Kannst du damit einsammeln? Das kann glaubt nur der Horst. Oh, der Horst. Okay, ja, ich Horst. Oh, Grandma, what a big arsenal you have. I made a joke about your grandma's arsenal. That is just special. I hope you put that on your resume. Yeah, right. Right after co-exist on a mutual mental plane well with others. Ich habe echt jetzt drei Millionen Meter gelaufen für das eine Ding. Mein Fris. Ah, hier sind sie neue. Aua, der hat mir ins Maul getreten. Was wirft die denn nach mir? Oh, 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 oh. Wo ist das geleckt? Oh, jetzt wieder hier drin, ja. Äh, da, genau. Ich glaube, wenn du R drückst, machst du das Schwerter sauber vom Blut. Hey, wo müssen wir denn lang? Ah, jetzt, ja, ja, ja. Ah ja. So. Ich würde mal weggehen hier. Glaube ich. Ja, wir sollen hier oben hin. 3, 2, 1. Knock, knock, bitch! Na, ob das aufgegangen ist jetzt? Ja, sieht gut aus. Ja. Ja. Dann kann man arbeiten. Hey, bitch. Let's get up, biatch. Du möchtest meinen Master. Aber du musst wissen, dass ich ihn niemals verbrühe. Oh, ich wundere das. Unlike dir, ich verstehe den Wert der Loyalität. Und Honour. Ich wusste den Preis meiner Bargain, als ich es geschafft habe. Sure, eine Kindheit. Cash auf der Bärl-Head. Wie fühlte deine Frau an, um zu einem Sociopath zu sein? Sorry, ich meine, bei einem Sociopath. Oh, wait. Ich denke, ich meine, beide. Sie wusste, seine Besten zu sein. Zu bearen, eine Kindheit der Großartigkeit ist eine Schmerzung. Kamiko? Eine Kindheit der Großartigkeit? Let's not get carried away. Ich habe alles, was ich hatte, für diese ungratefulen Schein. Vielleicht wird sie sein Besten zu sein. Oh, siehst du, warum musst du das tun? Oh, ich bin willig zu sterben für meine Ideen. Ich bin willig zu sterben für meine Ideen. Das ist so weit, wie ich gehe. Ein Sibirite bis zum Ende. At least, ich bin konsistent. Hast du die least Schmerzung von Honour in dir? Willst du das, was ich angefangen habe? Oh, klar. Oh, hier licht ein Messer. Wieso habe ich denn jetzt die blöde Kettensäge da auf? Wo licht ein Messer? Vor dir, neben dir. Ach, da. Zeremonie durch, Messer und Gegensatz. Ah, okay. Und teleportieren. Ist hier nichts weiter? Doch, eine Kiste steht hier hinten. Erst mal gucken. Jetzt haue ich ab. Jetzt haue ich ab. Ja, ich auch. Hui. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kann ich wenigstens zum Ende. Ach, cool. Ah, da ist auch ein Hammer jetzt auf dem Dings. Siehst du das? Jo. Das ist bestimmt der Typ, wo wir hin müssen. Oh, ich gehe da einfach mal Richtung Hammer. Hammer. Ach, das ist hier bei der Schmiede. Okay, ich muss mal das hier machen, oder was? Ah, benutzen. Ah, jetzt muss ich mal gucken. Am Boss benutzen. Die ganzen weißen kann ich schon mal... Genau. Ja, hier bastelt er alles mal darin. Herstellen. Oh, das kostet ja Geld. Oh, 4.000. Ich habe 328.000. 395.000. Oh. Und ich habe schon eins gebaut. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie sich das zusammensetzt. Weil du kannst hier irgendwelche bestimmten Dinger bauen. Ach so, jetzt kann ich auswählen, was ich herstellen will, oder was? Nee, noch nicht. Ich bastel mir jetzt einfach irgendeinen Scheiß zusammen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich würde schon irgendwie puzzeln. Irgendwas würde ich schon rauskriegen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie sich die Teile zusammensetzen. Dann gibt es bestimmt noch irgendwelche guten Kombinationen. Wahrscheinlich. Da habe ich mich aber jetzt noch nicht mit beschäftigt. Jetzt ist das, glaube ich, alles alle. Oh Gott. Das sind noch alles. Das sind noch irgendwelche Farben, ne? Oh, Mann. Hinten dran. Ja. Ach, das sind die Elementar... Äh, Feuer und sowas. Feuerelektrizität und so ein Scheiß. Okay. Ich bastel dir jetzt einfach alles zusammen, was ich hier habe. Ja, ja, hoffentlich auch. Kann man die blauen dann eigentlich auch nochmal zusammenbauen? Ja, ja, habe ich eben auch schon gemacht. Ah, okay. Das war's. Du musst. Du musst aber aufpassen, weil in manchen Fällen sind die blauen besser, weil die blauen keine Nachteile haben, ne? Ja, ja. Und ab überblau hast du dann auch Nachteile drauf. Ich glaube, ich lasse die lieber blau. So, lasse ich das jetzt erstmal. Dann kann ich nochmal meine Waffen skillen. Okay, wieso muss ich das nochmal zu machen? Ich komme da nicht mehr zurück. Was ist das überhaupt immer von der Zahl, die da drin steht? Ist das so eine Gegenstandsstufe oder was? Keine Ahnung. Da steht ja mal 32 oder 38 oder 50 oder sowas. Ich kann es dir auch nicht sagen. So, jetzt muss ich das mal reichen. Oh ja, ist es fertig? Nein. Nichts. So, ich wollte nochmal gucken, wie ich das upgraden kann. Skills, genau. Ach, habe ich da zwei Punkte. Da kann ich mir noch ein Ski bauen. So, jetzt bin ich fertig. Hast du auch geskillt? Ja. Gut, dann gehe ich mal ins Portal. Weiß nicht, ob du da mitkommst oder ob du selber... Ja, ja. Das geht dann automatisch. Okay. Ich bin schon da drinnen, ne? Ich gebe halt so eine Tour, sie die Quest abgeben. Ups, die ja eh. Das war ja kurz. Jetzt können wir wieder eine aussuchen. Ein Knarer. Raketenwerfer oder ein Gauss-Gebeer. Ja. Ich weiß nicht, mit einem Freund von einem Gauss-Gebeer war ich jetzt nicht, aber das ist gelb. Oh. Und der Raketenwerfer ist blau. Aber der hat Feuerschaden 40% noch. Hm. Aber minus 10% Bewegungstempo. Hm. Ich glaube, ich nehme mal das Gauss-Ding. Ja. Springchester heißt das übrigens. Springchester. Cool. Das musstest du ja auch kriegen. Ja, ja. Oh ja, das hat schon gleich viel mehr DPS als das Urteil. Ja. Ja.